Hallo und Willkommen zurück zu Röwos. Was geht Daniel? Stimmt, ich bin ja noch gar nichts. Hier, auf der Grenze. Bombe. Juhu. Freude. Bin ich? Den fand ich jetzt gerade mal hier grenzwertig. Oh. 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 Und zerbreißt mal wie ein richtig hartes Brüller. Wo wir den? Ja, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, vor Gespräch. Fick. Aua. Wer ist? Frost. Boah, guck mal, du bist ja inkompetent. Ich hab 76 Leben. Einen mit einem Pistolenschuss. Scheiße. Ja, mit einem Pistolenschuss. Das ist die Frost. Die hat die OP-sten Waffen auf der Welt. Arsch, ganz sorry. Das würde ich brauchen. Ja, was soll das? Bernie hättest du jetzt richtig hart geflamed. Ja, ich bin halt scheiße. So, geh mach mal eine kurze Seite. Bist du auch. Ja, ich erhäng mich jetzt neben mir gut, wenn du das willst. Ja, übertreib. Naja. Weicht das? Nein. Nein. Reicht das? Nein. Alter, ich wollt mich doch bearschen, ey. Waste halt noch mehr Money, Daniel. Haha, das kann kein Wert. Ich lade nach. Du, außen kämpfst du noch mehr weg. Alter, da hat Delky erstmal schön ihre Targo auf dem Boden verteilt. Mit einem Pistolenschuss. Oh nein. Fuse. Oh Gott. Wtf, da kam durch das Loch sogar in unseren Raum rein, Flo. Der Dildo kam rein, Alter. Oh mein Gott. Ja, ich hab von hier oben den Dildo einfach da reinstechen sehen. Ich guck doch von oben das Fenster und dann hat der Dildo mal eben seinen Schwanz ausgefahren. Der hat den einfach mal ausgefahren, der Junge. Wie ist er ein Hengst, ne? Wie ist er ein Hengst? Ja, ist halt echt so. Wie so ein Pferde-Penis, ey. Oh echt so? Ash hat aufgeschossen das Fenster. Ich guck von oben. Der Smoke ist ein bisschen nah. Ist halt echt so. Nicht smoken das Fenster, Daniel. Ich seh die von hier. Da ist ein Timothy. Wenn die am Fenster stehen, mach ich die weg. Fuses. Baby, I love you, babe. Stop talking to my baby. Da war er gerade, Mann, ey. Sterbt alle. Ja, nicht smoken, Daniel. Und da nicht smoke. Identifizieren. Oh Gott. Granate. Granate. Autsch. La Granada. Escalada. Die sind gefühlt alle da. Da kommen sie, glaube ich, auch noch. Da gefühlt alle. So, ich würde hier auf die Tür gucken, anstelle auf das Loch, auch, weil im Loch, Daniel. Das hat man so vorderlich. Nein, ich kann hier nicht mehr rauskommen. Der Mensch tritt. Oh Gott. Es gibt's Haupttier. Fletcher steht Haupttier. Jetzt schau auf die Tür, Flo. Flo. Ja, ja. Viel zu viele Eingänge. Hilfe. Was du da bist? Ich suchte jetzt den Fluss. Komm auch schon von da, von der Haupt. Ja, da haben es jetzt auch durchgeschossen bei mir. Kim sehe ich keinen. Und es doof ist. Ich kann jetzt nicht hier leider... Drohne ist aus Tür. Guck du mal die Haupttür, Daniel. Ich guck das kleine Fenster. Und Drohne. Hallo. Nein, der hat mich... Ich bin verletzt. Haupttür oder was? Komm rein. Komm, lauf hier durch, Daniel. Ja, lauf. Ah, da ist einer. Ja, 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 ja. Am Fenster. Alles gut, ja, ja. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Ja, okay. Ich mach's. I tried. Haupttür noch einer. Sorry, da nehmen. Das war's. Ja. Ah, ich bin durch. Nein! Firmite von draußen. Meine da. Fetcher zersiebt. Sehr schön. Spaß auch zersiebt. Äh, ne. Firmite zersiebt. Wir sind die Opi-fotzen. Wir sind die Opi-fotzen. Spray, spray. Das Problem ist, die Frost Shotgun hätte nur einen Schuss gebraucht. Meine Spass braucht drei. Nice. Ja, die ist nicht so nice. Ich hätte die MP, die hat auch ein bisschen gebraucht. Hä? Du hast doch Frost gehabt, oder nicht? Ja, aber ich hab die MP genommen, weil Grenze ist ein bisschen... Grenzdipp. Da möchte ich lieber, ja, da möchte ich lieber auch auf größere Entfernung. Zapf sich die ganze Zeit selber über seine schlechten Grenzwortspiele totlacht einer. Die ganze Zeit sagt er was, keiner lacht außer Zapf. Reicht mir. Sad Story. Opfer. Sad Story. Opfer. Die Witze gehen dann manchmal ganz schnell an die Grenze. Wow, Daniel muss dann gleich wieder in diese Wunde mit reinstechen. Daniel nimmt immer die Chance mit. Daniel locht halt gleich hinterher. Der locht halt gleich mit. Der will seinen Schwanz halt mit in Zaps weißer Suppe verbraten. Aber da schwirrt man dann noch. Daniel hat es versucht. Oben. Man, das Face ist zu bisschen fehl man anders. Was halt hier. Tut mir leid. Okay, einer ist im Büroraum da. Wo sitzt du dir jetzt? Vielleicht, vielleicht... Ich glaub einer ignoriert das. Die anderen haben es nicht gehört. Da sind die, Leute. Hä, da sind die doch gar nicht. Was labert ihr denn? Nein. Aber welche suchen? Ja, wow. Nein, aber die sind in dem Raum. Die sind nicht in dem Raum, wo wir gesagt haben. Ja, Heizmaul. Ja, dann sind sie bei dem einen, wo die sind. Ja, bei dem Serverroom da. Wo, äh, umkämpft es. Da wo die ganzen Monitore sind. Heizmaul. 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 Oh Gott, da hat die sind irgendwo geschossen. Vorsicht. Ja, da ist es blockiert, Fetscher. Dahin bitte. Hier ist keine Bombe. Da sind die. Da sind die. Mann, Ansatz hier. Ah. Viele Leute habe ich gesehen im Rang. Hä? Ey, guck mal. Wo ist der FK? Ja. Fetscher. Achtung, Junge. Da ist Kappkonkon. Oh, der war unsichtbar, Sub. Der Heck. Den Heck gibt es immer noch. Leider da drin. Wieso? Flo hat den noch gar gekillt oder nicht? Ne, ich glaube das war ein anderer. Das war nicht der. Das war ein anderer. Hehehehe. Hehehehe. Kannst du mich nicht da dran. Das hab ich aber gerade. Bring das aus, wenn jemand hier aufmacht. Das passiert erst noch einer. Ey, Firmheit. Moment. Ja, Moment. Oh. Durch die Tür. Kapkon. Liegt hinter der Tür. Unter der Tür hier, Sub? Wo ich gestorben bin. Hinter der Tür. Wieviel hält der Kapkon aus? Jetzt mal ohne Spaß. Wieviel hat der gerade ausgehalten? Der hat mindestens fünf Schüsse ausgehalten, der Kapkon. Da war noch einer. Da wo Kapkon war, war noch einer. Wieviel hält der nicht fünf Sniper-Schüsse von Blackbeard aus? Da war Valkyrie. Oh. Pass auf, da gleich mit einer Tür. Direkt hinter der Bombe war Valkyrie. Hallo. Da ist Rose! Da! Cooper, du apst aber auch. Kacke. Hallo, ich will da rein. Darf ich da rein? Nein. Ich darf da nicht rein, okay? Leertaste! Ja, ich kann nicht Leertaste drücken. Passiert nichts. Was zur Völle? Ja, versuch's nochmal. Geht nicht. Warum? Ja, Dani, du musst jetzt irgendwo hin, wenn du da nicht rein kannst, musst du von unten kommen. Und nicht die ganze Zeit davor eiern, die geht nicht. Die wissen jetzt genau, wo du bist. Entschärfer wurde erneut gesichert. Frost ist genau links von dir. Mh. 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 Haben wir noch ne Drohne? Nee. Hast du noch ne Drohne, Dani? Zieh doch lieber erstmal, bevor du um die Ecke läufst. Das, der ist tot. Oh, Leute. Ja. Da war ein Loch. Gut zu wissen. An dem Loch bist du gerade eben vorbeigelaufen. Ja, weiß ich so, ja. Genau an dem Loch bist du vorbeigelaufen. Mh. Mh. Und du hast auch nicht... Und den entschärfer zu wurden. Du hast auch nicht geguckt, ob dieser Raum, wo du reingehst, der ist. Weil genau da lag der entschärfer. Aber der Captain, der war gerade der Tank. Der hat einfach mal wirklich... Ah, Sub hat's ja selber gesehen. Mh. Der ist halt auf Rook-Niveau. Kupa? Nein. Selbst der Rook hält keine 5 Sniper-Schüsse voll auf dem Buddy drauf aus. Ich meine also von der Rüstung her. Ja. Das ist mir ja egal. Aber trotzdem, selbst der Rook hält nicht so viel aus. Ich war ja 5 mal drauf. Ich weiß, ich weiß. Nee, weißt du nicht, weil du's nicht gesehen hast. Aber ich weiß, wie das ist. Ja, das sind Hacks. Mh. Äh. Also 5 Schüsse mit einem der stärksten Waffen im Spiel sind schon hart. Ey, mit dem Flug kriegen wir auch immer nur die Bomben, ne? Flo, was soll der? Bitte? Wollte ich wieder mit Bernie spielen? Nooo. Jetzt geht's aber los. Das hat keiner gesagt. Aber das ist ja nur Gehens. Das war auch kein Diss, das war nur ne Feststellung. Das war ne Feststellung, genau. Aber kein Diss. Flo, nicht Solty. Not Solty werden. Not Solty. Not Solty. Eben, Bernie ist schon Solty genug, er wisst. Äh, Bernie ist ja nie Solty. Boah, ich hasse es. Da 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 da. Die Scheiße ist. Okay, und Jung wirf nicht wieder weg. Warte mal die Rache von vorhin. WTF? Die Rache von vorhin. Du hast mir 24 Schaden gemacht, jetzt hab ich dir 5 gemacht. Ich hab's aber nicht mit Absicht gemacht. Ja, ich hab's auch nicht mit Absicht gemacht. Mal versehen. Ich hab keine Schaden. So schade, Alter. Alter, 5 Schaden, jetzt mach die nicht ins Hüschen. Keine jede Influenz. Das ist meine Gefühle verletzt. Ich schließe die Fenster bei OP. Ah ne, ist vorhin nicht. Nee, ich schieß vorhin. Was hab da, stehst du schlecht? Kannst du mal ganz kurz weg da? Und dann kann ich mir mal noch ein Schaden. Gut. Okay. Boah, Fuß ist bei mir. Ja, am Aufbau. So kannst du mal kurz weg gehen? Ich plante da meine Brust wieder hin. Fuse und Fettschuss sind vor dem Fenster. Sie, die haben geflasht. Äh, die Frostfalle da am Fenster ist kaputt. Ich guck ans kleine Fenster. Oh, goddammit. Raum ist leer drüben. Ne, ich guck von oben noch. Ich guck von der Seite rein. Oh, Gott. Haupteingang. Daniel, beobachte du mal den Haupteingang fließen. Na, ich kann nicht, aber ich kann nicht weiter. Das ist das Problem. Er reicht doch. Du sollst dich auch nicht präsentieren, sondern du sollst dort den Beste kommen. Einer ist low. Zwei mal mit den Tiefen. Schüss. Haupteingang ist auch auf der Hände. Müsst immer Bescheid sagen, wenn sie da reingehen. Das war die Kamera. Ist ne Drohne bei mir hier oben? Oder ist sie unter mir? Oh nein. Drohne bei mir. Hab ein mega ungutes Gefühl, dass du mich gleich anholen kommst hier oben. Ich würde die Drohne wollen hier noch los schicken. Firmite low. Auch dreimal angeschossen mit der Diegel. Fuck, alter. Beide low da am kleinen Fenster. Fetcher und Firmite sind beide low. Die chillen alle noch draus, ne? Komm jetzt nach oben. Wann mal. Haupteingang ist jemand. Die planten, die planten. Ne, die planten hast du noch nicht, oder? Doch, der, der, der geplantet hat. Der, der geplantet hat, hab ich gekillt. Wie kann Fuse noch leben? Jetzt, man. Alter. Firmite ist da noch am Haupteingang. Haupteingang. Da liegt der, da liegt der Entschärfer. Der ist da? Am Haupteingang, Daniel. Da? Ich hab Firmite beim Planten durchsiebt. Alles gut, da liegt, da liegt der Entschärfer. Alles gut, da hab ich voll den Blick drauf. Komm jetzt nach oben, zu mir. Okay, wo haben die auf... Da oben haben die aufgemacht. Oben haben die aufgemacht. Nein, Firmite ist... Boah, ich hab... Sledge kam bei dir oben rein. Den hab ich durchsiebt, durch irgendein Loch. Aber ich bin jetzt unten und da hat Firmite mich gemacht. Aber ich blick drauf, er ist gut. Der kann dir den Schärfer nicht holen. Firmite ist jetzt im Raum. Alles reingelogen. Ich hab die Valkyrie-Camps jetzt im Raum. Der liegt hinten im Eck hinten. Na doch, ne, ran raus. Ich hab's letztlich gekillt, durch das eine Loch, was du gemacht hast. Das war direkt über mir. Da ist ein Fenster reingekommen, ey. Hä? Der Entschärfer lag doch noch da! Ah ja. Nee, der ist doch rein. Der ist doch schnell rein. Ja, aber bei mir lag der Entschärfer da noch. Der ist bei B drin, oder? Nee. Da kam das Fenster bei B, ja. Aber der ist doch da rausgerannt. Aber bei mir lag der Entschärfer da noch. Der ist bei mir am Entschärfer vorbeigelaufen. Ich würd rausgehen. Ich würd rausgehen. Er ist draußen am Fenster. Ja. Geradeaus. Und dann rechts. Wo ist der? Bei mir lag da ohne Spaß der Entschärfer. Ich hab die ganze Zeit auf den Entschärfer geguckt. Und der ist da vorbeigelaufen, aber hat nicht den Entschärfer aufgesammelt bei mir. Okay. Ich hab das gesehen, dass der da, aber der ist bei mir Meilen weiter am Entschärfer vorbeigelaufen. Sonst wär ich da ja natürlich hingegangen. Hat den bei mir aber nicht aufgesammelt. Das hätte ja einer sagen können, dass der auf einmal weg ist. Weil bei mir war er nicht weg. Sonst wär ich da weggegangen. Das konnte ich nicht sehen. Ich hab in die Camps geguckt. Das war richtig blöd. Weißt du, ich hab Sledge da oben weggemacht. Wart ihr in meiner Sicht, oder was? Nö. Ich nicht. Nessab Daniel flogen? Ja, ich hab da nicht zu drauf geachtet. Na, ich auch nicht. Wie gesagt, bei mir lag der, der lag da immer noch. Nachdem der den geplayt hat, lag der da immer noch der Entschärfer. Genau, wo ich Sledge im Obergeschloss weggemacht hätte, konfirmiert und killt mich. Ich glaube, er war bei mir weggerufen. Da ich mein Hand ins Feuer legen. Die sind da unten, unsere Bombe, die wir gerade hatten. Sie ihre scheiß Füße durch die Tür. Hat sich genau auf dem Haupteingang hat sich einmal hingelegt, um die Drohne abzufangen. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Aha. Oh Leute. In der Richtung, Flo. Dock liegt da. Ich versuch von oben. Kommt da beim Fenster, da ist ne Luke, die geht zu B. Frost und Valkyries in Countdown. Geradeaus weiter oder? Falsch? Na, weißt du eigentlich, ne? Ja, das war gerade wie die eine Runde, wo wir auf Chalet dreimal geplandet haben und zweimal verloren haben. Weil wir die Sounds nicht gehört haben vom kaputten Boden her. Ohne Spaß, bei mir lag da der Entschärfer. Ich versuch von oben. Ich versuch von oben. Nein, 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 nein. Ich wollte da rein. Okay, der... Ich mach oben auf. Der sitzt da, wo ich markiert hab. Da ungefähr hinten in dem Eck da. Na, da... Ich hab nur jemanden verletzt. Ja, das wird der Dock sein. Hier abholz. Das war nicht der Dock, das war der Rook. Warte, hab ich guck. Ja, schuldig, ich wollte bloß das Decken. Gerade zwei ist keine aus. Habe ich kein... Äh, äh, rechts von dir sub. In dem Gang. Ich will warten, bis die vielleicht rauskommt, das ich die abfangen kann. So ist eigentlich mein Plan. ich bin drin ich habe auch den schärfer nicht aus ich habe den schärfer fack ich komme auch ich gehe hinten ins eck wir pläten bei b in dem kleinen hier ist der kathos durch dem fenster zeig dich da einfach nicht wir können jetzt hier gucken die anderen kommen von links da war ein fuß der grüß vor der tür ist rein ein verkrieg sei egal ich sehe den schärfer wenn die drauf kloppt dann habe ich den ich hier raus ist tot ich hab sie geholt das haben sie das war scheiße weil sie halt neben mir noch hingeschossen haben haben sie das ausgenutzt so wir machen noch eine matchball verlängern ich glaub bisher haben wir immer der angreifer gewonnen schlecht fürs herz ey ja ist in der tat korrekt aber die runde wird jetzt wieder schlecht fürs herz sein komm ich nehme wieder die op schrotze komm hier und hol dir das 2-3 ich will jetzt alle scheiße lass den jungen einen killen und dann easy ich bin jetzt schon führender ok gut team kill nein ich möchte nicht ich will mir ist es egal wer den scheiß hochlägt ich möchte gewinnen jetzt hier ja natürlich ist dann auch keine sorgen wir werden alles geben die gegner haben eine bombe zu garantiert verteidigung entsprechen klar bereite willkommen zum anderen vor hier können wir helfen jemand von außen zu flossen wenn es falls noch eine fehlt ich mache euch da mal die luke auf pass mal auf hier schieße ich euch die luke auf falls panik ist dass ihr da fliehen könnt da ist eine luke auf das ist nicht so optimal hier so flo wäckery camps kann ich bewegen nur reingucken das sind schon drei camps weg ja aber die wäldigen sind wichtig für das ist die uns bei hat ich fetscher egal egal trotzdem noch sind genug da ich kann leider noch die türkuchen ich kann nicht auf die wand neben dir gucken hier höre ich ein so weit von außen nachher hier ist die ist tot die ist tot was ich habe konnte so gespielt als vorsicht da mit dem fenster lieber deswegen ich habe keine direkte sicht auf das loch das müssen scheiße sehr schön ich wurde entdeckt drohne ist drin ich werde immer noch entdeckt irgendwo bei mir muss eine drohne ach da oben naja sie wissen wo ich bin scheiße nicht zeigen konzentriert euch einfach defg wenn ich aufstehe wenn ich aufstehe bin ich wahrscheinlich tot ja dann bleibt doch einfach aber das löstere ich sie wissen halt wo ich bin das egal bleib da bleib da bleib da versteck dich ich werde von der seite ja ich mache ein klick headshot und für mein tod sehr schön konzentration nicht über mit tisch werden oh oh ich muss hier weg boah Huren wieder einst du dich mal zurück ich stell mich hier hin kommt schrottsnack zu wie weit hinten sind die ich weiß es nicht genau ah da ist er sledge direkt da jetzt darf er bleiben da hinten irgendwo kommt die explosion her irgendwo in die richtung ja bei mir direkt an meinem gegenüber von meinem punkt der würde sagen weg direkt da direkt da hinten ja alles gut bleib hier ich hab ihn ich hab ihn der läuft an mir vorbei ok ok nicht jetzt weil 5 gegen 1 auf dem fisch werden ich mache nochmal zu den ja einer von euch kann kameras nochmal gucken weil ihr seid gerade safe ok ich auch ja er kommt vor bei mir ja nur noch 15 Sekunden sehr schön schön nice gerade aus dem jungen rühler zwei drei fickt euch ha 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 ah da waren die füße ja da der gute counter mal bei meinem baum boah das war echt nochmal anspannend hier gerade die streak so die streak ist immer unterbrochen irgendwie ja 2 2 3 ist aber dann gibt es auch mal wieder ein 3 2 das eine mal war halt echt hart das waren irgendwie 6 7 parts hintereinander ja aber ich glaube ich habe mich jetzt endlich mal eingespielt für diesen abend jetzt geht es für mich richtig so jetzt könnt ihr es auch jetzt könnt ihr es auch sehen entweder habe ich bullshit erzählt oder der entschärfer lag wirklich noch da von daher guckt rein bis zum nächsten mal und haut rein adios tsch tschau